Hallo, liebe Skorpione, herzlich willkommen zu eurem allgemeinen Reading über die Mitte Oktober 2022. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr erfreut euch bester Gesundheit. Ihr könnt natürlich nach wie vor gerne euch die Karten genauer anschauen, liebe Skorpione, die ich in meinen Readings verwende. Ihr findet ebenso Social Media Links von mir, sowie auch Info- und Special Videos, die ich im Laufe der Zeit gemacht habe. Alles unten in der Infobox unterhalb von diesem Video. Dort findet ihr beispielsweise auch euer Jahresreading für das aktuelle Jahr und auch das weiterführende Reading über diese Legung hier. Könnt ihr euch dort im Resonanz- und im Interessensfall natürlich ebenso gerne ansehen. Müsst ihr nach wie vor nicht und ansonsten starten wir mit eurem Reading. Liebes Schicksal, bitte gebt mir Einsicht in die Mitte Oktober 2022 meiner Skorpione. Das ist die Gans. Die Gans ist euer Krafttier für diese Zeitspanne und die Zuverlässigkeit ist eure Hauptenergie. Bleibe dir treu, folge dem, was sich für dich über lange Zeit bewährt hat. Zuverlässigkeit, eure Hauptenergie, liebe Skorpione, einem selbst treu zu bleiben, ist ja eine Devise bzw. das zu tun, was sich bewährt hat. Viele von euch könnten hier womöglich mit dem Gedankenspielen, eine ganz bestimmte Situation auf eine andere Art und Weise zu verfolgen, sich vielleicht auch auf eine andere Art und Weise in eine ganz bestimmte Dynamik anders einzubringen, sich selbst zu verändern, zu möglicherweise ausgegebenen Anlässen, das kann ich mir ebenso vorstellen. Es ist hier allerdings anzuraten, das, was sich bewährt hat, auch beizubehalten, so wie man es möglicherweise in ganz bestimmten Bereichen in eurem Leben, in der Arbeit, in der Beziehung zu einem ganz bestimmten Menschen, in der Freundschaft, in der Partnerschaft, in der Familie, wie man es da bereits sozusagen gehandelt hat, wie es sich eingependelt hat, eingebürgert hat, wie es läuft, auf kurdeutsch gesagt, so sollte man es womöglich auch beibehalten. Bleibe dir treu, das ist so ein Satz, den man hier definitiv auch anwenden kann, die Zuverlässigkeit ebenso eine passende Hauptenergie zu diesem Szenario. Ich bin gespannt, was mir die Karten da gleich im Hauptreading im Detail darüber verraten können. Auf jeden Fall, liebe Skorpione, ist die Gans euer Kraft hier für diese Zeitspanne und die Zuverlässigkeit ist eure Hauptenergie. Liebes Schicksal, bitte gebt mir weitere Einsicht in die Mitte Oktober 2022 meiner Skorpione. Das ist der Tod. Liebe Skorpione, ihr macht hier gleich mal den Anfang eures allgemeinen Readings. Der Tod ist nämlich eure ganz klassische Tarotkarte. Er steht im Allgemeinen, beziehungsweise in seiner Grunddeutung für die Transformation, für die Veränderung, für die Vergänglichkeit auch tatsächlich. Und es scheint hier eine transformative, beziehungsweise eine veränderliche Zeit auf euch zu warten. Möglicherweise, und das wird ganz speziell auf die Karten noch ankommen, die ich hier noch nicht sehen kann, sorgt ihr auch für eine mögliche Veränderung in einem bestimmten Alltag, in einem bestimmten Bereich eures Lebens? Oder diese Veränderung, wie schon gesagt, kommt auf euch zu? Das werde ich mir noch genauer ansehen. Wie geht es weiter? Das ist die Neun der Münzen. Die Neun der Münzen ist eine ganz klassische Selbstwertkarte. Es geht hier um den Stolz. Es geht um die Selbstliebe auch häufig. In den Neun der Münzen ist jemand dargestellt, der sehr versiert sein könnte. Bestimmte Fertigkeiten hat, bestimmte Fähigkeiten, möglicherweise auch ganz bestimmte Kenntnisse, die einem doch schon zu einer Autoritätsperson machen können. Die Neun der Münzen ist weiterhin die klassische Singlekarte. Sie kann in manchen Konstellationen auch so etwas wie einen Alleinkampf dahindeuten, beziehungsweise darauf hinauslaufen, dass man hier sozusagen sich fühlen könnte, wie als wenn man alleine gegen die ganze Welt agieren würde. Dass man hier stets auf sich selbst nur zählen kann und sich auch nur selbst vertrauen kann. Bleibe dir treu. Das ist hier tatsächlich ein Satz, der in eine derartige Richtung geht. Möglicherweise sind hier angesichts einer ganz bestimmten Dynamik viele von euch auf sich alleine gestellt, liebe Skorpione. Da haben viele von euch eventuell nicht die Möglichkeit, auf andere zu bauen oder sich auf andere zu verlassen. Frei nach dem Motto, wenn du willst, dass etwas klappt, kümmere dich lieber selbst drum. Das ist so ein Satz, den habe ich öfter schon gehört. Der findet auch häufig Anwendung tatsächlich. Vor allem bei Angelegenheiten, die einem selbst sehr wichtig sind. Wie geht es weiter? Das ist die Herrscherin. Das ist auch ebenso ganz klassisch eure Energie hier, denn die Herrscherin in einem allgemeinen Tarot-Reading steht häufig für jene, für die das Reading auch bestimmt ist. Und die Herrscherin in der Mitte eines Readings verdeutlicht nochmal, dass es hier viel auf euch ankommen wird. Dass hier wenig Einfluss, wenig Zuwirkung von äußeren Menschen oder von äußeren Einflüssen geben wird. Nämlich ihr seid hier sozusagen diejenigen, die das Heft in der Hand haben. Ihr seid hier diejenigen, die sich einbringen, die sich engagieren, auf die es ankommt, könnte man tatsächlich sagen. Nicht nur der Tod als eure klassische Tarot-Karte gleich am Anfang, deutet darauf hin, der hier auch auf diese neun der Münzen zusteuert. Sondern die Herrscherin in der Mitte weist ganz, ganz deutlich darauf hin, dass es hier eher auf euch ankommt, dass es weniger auf andere ankommt, auf dessen Meinung, auf dessen Taten, auf dessen Worte. Sondern ihr seid hier diejenigen, die aktiv sind. Wie geht es weiter? Das ist die Welt. Es geht hier wohl um Kapitel, es geht um eine Ära möglicherweise auch. Es geht um einen Zyklus oder um eine Routine, die sich hier tatsächlich verändern könnte. Es gibt hier eine sehr, sehr schöne Parallele zu der Ganz, zu der Hauptenergie, vor allem zu dem zweiten Satz, folge dem, was sich für dich über lange Zeit bewährt hat. Und in diesem Satz steckt schon ein gewisser Umgang, ein gewisser Alltag, könnte man sagen, der hier ebenso in der Welt dargestellt sein kann. Allerdings ist hier der Tod der Vorreiter für Veränderungen. Es scheint hier also in einer ganz gewissen Routine eine Veränderung hineinzukommen. Wie geht es weiter? Das ist die zwei der Münzen. Ein Wanken, ein Hin und Her überlegen, Pro und Kontra abwägen. Der klassische Wankelmut ist hier drin dargestellt. Das ist eine Energie, wo man sich nicht unbedingt sicher ist. Wo man hin und her gerissen sein könnte. Wo man eventuell auch etwas zaghaft vorangeht. Also bevor man etwas tut, sollte man lieber darüber nachdenken. Beziehungsweise kann hier auch ein gewisses Ungleichgewicht dargestellt sein. Vor allem mit dem Trigger zur Welt hier dann eben. Die Welt neben den zwei der Münzen deutet häufig darauf hin, dass hier etwas passiert, vielleicht auch schleichend passiert, mit dem man dann zu einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr wirklich gut umgehen kann. Da entwickelt sich etwas, auf das man sich noch nicht eingestellt hat. Wo noch keine Routine entstanden ist, könnte man sagen. Und das sieht man auch hier sehr, sehr schön mit der Spiegelung von dem Tod auf die zwei der Münzen. Dass hier eine Veränderung, eine Transformation oder eine Vergänglichkeit eine größere Rolle spielen wird. Mit der ihr gut und gerne anfänglich etwas Mühe haben werdet, euch darauf einzustellen. Euch damit abzufassen. Beziehungsweise euch damit abzufinden. Denn es kann hier gut und gerne gegen euren Strich gehen. Es ist hier eine Veränderung, die nicht unbedingt gewünscht ist. So wie ich das im Moment erkennen kann. Und da braucht man auch eine gewisse Zeit, um sich einzugewöhnen oder einzuarbeiten. Aber auch mit dem Aster Münzen hier hinten ist nochmals deutlich ein Signal dargestellt, dass diese Veränderung, dass dieser neue Alltag, neue Routine, dass dieses Neue, kurz gesagt, auch diverse Optionen für euch bereithält. Diverse Möglichkeiten bescheren könnte. Und mit diesem Aster Münzen ist ja häufig eine Option, eine Möglichkeit, eine Chance dargestellt, die man wahrnehmen kann. Die auch gut und gerne euch Türen öffnen könnte in verschiedene Bereiche, in die ihr bisher noch nicht gelangt seid. In der ihr noch keinen Einblick hattet, beispielsweise. Also in einer Veränderung, das ist typisch für eine Veränderung, ja, da entstehen auch neue Möglichkeiten, neue Chancen, sich zu entwickeln, neue Chancen, etwas zu tun, möglicherweise aber auch sich zu entfalten, so wie es hier auch die Herrscherin andeuten würde. Bislang ein sehr deutliches Reading tatsächlich, liebe Skorpione. Allerdings, wie gesagt, möchte ich hier noch mehr Details jetzt durch die Klärungs- und Spiegelungskarten herausfinden. Eine Klärung zum Tod. Das Hass der Schwerter ist vielseitig zu deuten. Es kann sich hier um eine gewisse Wahrheit handeln, über die man Kenntnis erlangt, die einem einleuchtet, möglicherweise aber auch zugetragen wird. Es ist das Schwert der tausend Wahrheiten. Es wird hier teilweise die Wahrheit erkenntlich gemacht oder in einem Gespräch oder per Kommunikation. offengelegt. Es ist nämlich auch eine klassische Kommunikationskarte. Es kann sich demnach um Texte handeln, um Gespräche handeln, Telefonate handeln oder man bekommt auf einem ganz bestimmten Wege Informationen vermittelt. Und diese Informationen, die man vermittelt bekommt, auf den Tod hier geklärt, verändern sehr, sehr viel. Es gibt ganz bestimmte Worte, die sehr, sehr vieles verändern können. Und das kommt natürlich ganz speziell auch auf die Dynamik an, die hier für euch vorherrschend ist. Ein Beispiel ist, wenn man hier mit jemandem befreundet ist, auf eine ganz normale Art und Weise, einen freundlichen, respektvollen Umgang miteinander pflegt, häufiger mal vielleicht nach der Arbeit einen Kaffee trinkt oder sich am Wochenende mal zum Grillen verabredet. Etwas derartiges, ein freundschaftlicher Umgang. Und plötzlich in einem Gespräch oder per WhatsApp oder wie auch immer, schreibt diese Person, mit der man häufiger mal verkehrt, ein, ich liebe dich. Und das sind drei Worte, die sehr, sehr viel verändern können. Das ist natürlich nur ein Beispiel. Ich habe hier noch keine Beziehungs- und Partnerschaftskarten, deswegen behandle das bitte auch lediglich als Beispiel. Aber das kann ja tatsächlich noch kommen. Eine Klärung zu den Neun der Münzen. Was ist der Page der Schwerter? Der Page der Schwerter, eine Hofkarte im Luftzeichen. Das könnte hier tatsächlich eine Kopfperson sein, die in eurem engeren Umkreis eine größere Rolle spielen könnte. Einen Bezug zu diesen Menschen hier und hier in der Konjunktion zu sehen haben viele. Allerdings keinen sehr, sehr engen Bezug. Ich sehe hier keine Königin und keinen König. Das heißt, dass eure Verbindung möglicherweise auf einem niedrigen Level ist, um es kurz zu formulieren tatsächlich. Oder, dass ihr euch noch nicht lange kennt. Das kann sehr, sehr gut ebenso der Fall sein. Allerdings ist der Page der Schwerter auch ganz klassisch eine passive Person. Das ist jemand Schüchternes womöglich. Jemand, der eher im Hintergrund agiert. Jemand, der sich nicht unbedingt in den Mittelpunkt stellen muss. Und auch jemand, der nicht unbedingt viel Aufmerksamkeit benötigt. Tatsächlich kann es hier um die Zwischenmenschlichkeit zwischen euch und diesen Menschen hier sich drehen und handeln. Er schaut hier auch auf das Ast der Schwerter. Es kann sein, dass dieser Mensch euch etwas Dringendes mitteilen möchte, worüber bislang geschwiegen wurde. Mit dem Pagen der Schwerter auf die Neun der Münzen kann das sehr, sehr gut so etwas wie ein Kompliment sein. So eine Wertschätzung. Hier könnt ihr euch tatsächlich jemand als Vorbild ansehen, idolisieren, kann man auch sagen. Beziehungsweise hier möchte jemand einige nette Worte, so wie ich das hier rauslesen kann, über euch rauslassen. Pageschwerter auf Neunmünzen, das ist jemand, der jemanden anderen favorisiert. Jemanden vielleicht sogar so etwas wie beneidet. Oder man wäre gerne so wie diese andere Person, die man hier wie ein Idol betrachten kann. Das ist eine spezielle Deutungsvariante. Werde ich mir auch noch weiterhin anschauen. Eine Klärung zur Herrscherin. Das sind die Liebenden. Jetzt geht hier dieses Reading schon in eine sehr eindeutige Richtung tatsächlich. Hier der Page der Schwerter hat es schon vermuten lassen, dass es hier doch für die meisten um die Zwischenmenschlichkeit geht. Um eine Beziehung zu einem gewissen Menschen. Und bitte Beziehung nicht immer so hoch gewichten. Ein Bezug, eine Beziehung zu einem Menschen. Das kann natürlich flüchtiger Natur sein. Das kann der Kassierer im Supermarkt sein. Zu diesem Menschen, wenn ihr öfters mit ihm interagiert. Und das werden viele von euch tun, wenn ihr dort regelmäßig einkauft. Dann habt ihr eine Beziehung zu diesen Menschen. Die Liebenden auf die Herrscherin. Hier favorisiert euch jemand. Hier kann jemand nicht genug von euch kriegen. So kann man es tatsächlich ausdrücken. Hier idealisiert euch tatsächlich jemand. Und man kann sagen, ihr seid hier so etwas wie der Lieblingsmensch von einem ganz bestimmten Menschen, der hier abgebildet ist, der euch das aber noch nicht so gesagt hat. Der darüber noch stillschweigen bewahrt hat. Weil wie schon gesagt, das ist eine eher passive Person. Eine schüchterne Person. Jemand, der Dinge häufig für sich behält. Nicht aus böswilliger Absicht. Sondern weil sich dieser Mensch einfach nicht traut, diese Dinge offen zu legen. Und das kann hier mit den Liebenden in der Mitte sehr, sehr gut zu einem partnerschaftlichen oder liebestechnischen Reading hier heranreifen, welches hier noch großes Potenzial für die Zukunft offen hält. Mit einem Ass im Outcome ist das häufig ein Indiz dafür. Eine Klärung zur Welt. Das ist der Ritter der Kirche. Oh, es kann hier sehr zweideutig verlaufen, liebe Skorpione. Zum einen ist der Ritter der Kirche nämlich eine Hofkarte im Wasserzeichen. Das wäre prädestiniert für euch tatsächlich. Allerdings ist hier auch die Spiegelung auf den Ritter der Schwerter aktiv. Und dann ist damit der Gegenüber angesprochen. Auf jeden Fall ist die Grunddeutung des Ritters der Kirche jemand, der Gefühle und Emotionen überbringt. Jemandem zeigen möchte, offenbaren möchte, signalisieren möchte. Kann ich mir gut als Signale hier tatsächlich vorstellen. Mit der Verbindung hier zu den zwei der Münzen ist das jemand, der euch das eher als Zeichen darstellen möchte. Jemand Signale senden könnte an euch hin. Als dass hier jemand direkt sagt, ich liebe euch. Das könnte jemand sein, der das euch auf subtile Art und Weise eventuell verdeutlichen will. Der Ritter der Kirche auf die Welt. Das ist hier definitiv eine Art neue Phase, die eingeleitet wird. Es gibt hier eine alte Phase. Es gibt eine neue Phase. Die alte Phase, das scheint mir hier der bisherige Umgang mit diesem Menschen zu sein. Das kann für viele von euch unterschiedlich betrachtet werden. Denn ihr habt hier beispielsweise mit eurem Nachbarn zu tun. Und mit eurem Nachbarn habt ihr hier und da mal, weiß ich nicht, gegrillt oder wart mal unterwegs in einem Kino. Oder keine Ahnung, man trifft sich halt früh und sagt Guten Morgen und dann fährt man in die Arbeit. Also ein eher 0815 Umgang, ein vielleicht regelmäßiger, aber dann nicht sehr intensiver Umgang wurde bislang mit diesen Menschen gepflegt. Aber was hier zu sehen und hier zu sehen für Informationen auf euch zukommen, für Gesten gestikuliert werden oder was für Worte ausgesprochen werden, das scheint hier eine Art neue Phase einzuleiten und eine Veränderung natürlich ebenso einzuleiten. Die Zuverlässigkeit mit dem Bleibe dir treu und folge dem, was sich über lange Zeit für dich bewährt hat. Ich sehe hier noch nicht unbedingt Anzeichen für etwas, was sich zum Negativen verändert. Ich sehe hier aber eine alltägliche Angelegenheit, eine Routine, wie man sie Tag für Tag erlebt und pflegt, tatsächlich sich stark zu verändern durch die Zuwirkung einer bestimmten Person. Und das ist hier etwas, wo euch eine Art Angebot unterbreitet werden kann, wo es an euch gilt, euch zu entscheiden oder zu handeln, tätig zu werden. Und wie vorhin auch schon angesprochen, mit diesen Optionen, mit diesen Möglichkeiten, mit diesen Chancen, die euch hier unterbreitet werden, kann das gut und gerne so etwas wie die Frage danach sein, wollen wir Freunde sein oder wollen wir zusammen sein, wollen wir Kaffee trinken gehen, wollen wir das Wochenende zusammen verbringen. Es kann hier sehr, sehr gut, hier in der Spiegelung und vor allem auch natürlich mit den Liebenden in der Mitte, auf die Zwischenmenschlichkeit hindeuten. Eine Klärung zu den zwei der Münzen. Das ist der Eremit. Interessant, der Eremit kann hier für Einsamkeit stehen, für das Vermissen stehen von einer ganz bestimmten Person. Das kann hier tatsächlich jetzt auch mit den Neun der Stäben sehr, sehr gut ein Szenario sein. Der Eremit, eine Karte, die auch für Wissen und Weise werden stehen kann, Erkenntnisse davon tragen, auch hier in der Spiegelung schön zu sehen. Es wird hier definitiv die ein oder andere Information zu euch durchsickern. Wahrscheinlich auskommend von diesem Gegenüber hier, von diesem Menschen. Diese Information scheint mir liebestechnischer Natur zu sein. Hier im Englischen sagt man hier, admired jemand euch hier. Und für admiring gibt es nicht so unbedingt ein treffendes deutsches Wort, wie man das tatsächlich umschreiben kann. Aber hier bevorzugt euch jemand. Hier ist jemand hin und weg oder Feuer und Flamme für euch, könnte man sagen. Ihr genießt ein hohes Ansehen seitens dieses Menschen. So kann man es umschreiben, aber der Brief to admire somebody, das heißt jemanden, wie gesagt, bevorzugen, jemanden idolisieren, beziehungsweise ihr seid hier der Lieblingsmensch von jemandem hier. Und der hat bislang darüber geschwiegen, scheint mir hier aber euch das auf eine bestimmte Art und Weise vermitteln zu wollen. In dem Sinne kann man hier auch sagen, Erkenntnisse werden davon getragen. Ein Wissen wird hier euch gewährleistet. Ihr werdet einen Einblick da rein bekommen, beziehungsweise der wird euch hier gewährleistet. Aber man sieht hier auch sehr, sehr deutlich, dass euch das erschüttern könnte, möglicherweise auch. Es kann hier eine Nachricht sein und so ein Ich-liebe-dich, das war natürlich auch nur ein Beispiel bislang, kann hier aber mit den Liebenden gut und gerne kommen tatsächlich. Das kann einen natürlich auch schon aus der Bahn werfen. Da ist man erst einmal schockiert. Damit hätte man möglicherweise gar nicht gerechnet. Das kann hier so eine Art Wanken darstellen, wo ihr im ersten Moment gar nicht wisst, was ihr tun sollt, was ihr sagen sollt, was ihr antworten sollt oder was ihr davon halten sollt von diesen Informationen, von dieser Veränderung, die hier doch schon zusehends auf euch zukommt. Man sieht hier mit dem Neuen der Stäben eine sehr bedeutsame Karte, eine bedeutsame Energie, die darauf hinweist, dass hier in der Vergangenheit etwas nicht unbedingt richtig gelaufen ist. Ich glaube nicht, dass es zwischen euch und diesen Menschen passiert ist. Ich glaube, dass ihr in der Vergangenheit schon die ein oder anderen Erfahrungen sammeln durftet, in Anführungsstrichen, was Liebe und Partnerschaften angeht. Ihr seid hier nämlich die Erfahrenen, ihr seid hier die Versierten, diejenigen, die schon einiges mitgemacht haben, Grunddeutung Herrscherin. Und dieses einiges mitgemacht haben, scheint nicht immer positive Natur gewesen zu sein. Möglicherweise gerade das, was liebestechnische Themen angeht, was Beziehungen angeht oder Partnerschaften angeht, haben viele von euch nicht die besten Erfahrungen gesammelt. Das verrät mich hier diese Neuen der Stäbe. Und diese Vergangenheitskarte in der Zukunft, das ist eine ganz, ganz trickreiche Sache, sage ich jetzt mal, denn es kann hier bedeuten, dass sich etwas Negatives, was in der Vergangenheit passiert ist, sich ereignet hat, in Zukunft wieder passiert. Also quasi, dass sich etwas wiederholt, was man nie wieder erleben wollte. Und ich glaube tatsächlich dann auch, dass das die Überleitung ist, zu dem sich selbst treu bleiben, folge dem, was sich für dich über lange Zeit bewährt hat. Und das kann hier sehr, sehr gut auf die Liebe, auf die Partnerschaft und auf die Beziehung zurückzuführen sein. Sehr, sehr kompliziert im Moment dargestellt. Ich werde noch versuchen, hier unten noch mehr Details herauszufinden. Eine Klärung zum Ast der Schwerte. Das ist wiederum der Pagen der Schwerter. Den haben wir jetzt hier doppelt und sogar in der Konjunktion zu euch hier hoch. Interessant. Es scheint hier tatsächlich schon länger so zu sein, dass dieser Mensch im Pagen der Schwerter dargestellt etwas für euch empfindet. Und das nicht zu wenig tatsächlich. Hier sind nicht nur so etwas wie eine Idolisierung von seitens dieses Menschen an euch hin zu sehen. Also dieser Mensch hat eine sehr, sehr hohe Meinung von euch. So kann man es tatsächlich sagen. Dieser Mensch bewundert euch teilweise über das, was ihr tut, über euren Job oder über euer Aussehen oder über eure Charakteristik. Das kann natürlich sehr, sehr vieles sein. Auf jeden Fall hat dieser Mensch wirklich großen Respekt für euch. Das sieht man hier. Und auch eine sehr, sehr hohe Meinung von euch. Jemanden to admire, wie schon gesagt. So kann man das umschreiben. Dieser Page der Schwerter auf das Ast der Schwerter geklärt und hier darauf blickend. Dieser Mensch möchte definitiv euch etwas sagen. Dieser Mensch möchte hier eine Art Coming-out betreiben. Es möchte jemand hier Klarheit schaffen. Und das ist eben etwas, was hier gut und gerne mit dem Liebenden als eine Art liebestechnische Angelegenheit zu interpretieren ist. Definitiv. Hat das hier aber auch ein gewisses Risiko. Denn wenn hier jemand euch das ganz klassische Ich-liebe-dich sagen möchte, dann geht dieser Mensch natürlich zunächst einmal ein Risiko ein, weil er in Gefahr läuft, abgelehnt zu werden. Ganz, ganz klare Sache. Aber die Situation, die Verbindung, die Interaktion zwischen euch beiden, die kann hier sich ebenso verändern. Und das ist etwas, was dieser Mensch eigentlich nicht möchte, aber auf der anderen Seite doch wiederum möchte. Und diese Situation, die kennen wahrscheinlich viele von euch, wenn man in jemanden, ich sage jetzt mal heimlich verliebt ist, in Anführungsstrichen, mit diesen Menschen einen gewissen Umgang pflegt. Sagen wir, ihr seid befreundet. Und dann läuft man Gefahr durch ein Ich-liebe-dich, die Freundschaft zu zerstören. Das werden sicherlich viele von euch kennen. Kann ich natürlich noch weiterhin ausführen, aber das ist jetzt natürlich kurz erklärt. Man kann aber auch tatsächlich die Möglichkeit dann gewährleisten, enger miteinander befreundet zu sein, vielleicht sogar ein Paar zu werden, vielleicht sogar zu heiraten, Kinder zu kriegen und Bäume zu pflanzen und Häusle zu bauen. Das kann natürlich dann das Pro und das Kontra sein. Das Negative und das Positive sein. Es kann extrem schlecht werden oder es kann extrem schön werden. Und in dem Sinne neigt hier jemand dazu, ein Risiko einzugehen, welches mit einer Offenbarung zu euch hin zu tun hat. Eine Klärung zum Parschen der Schmerzen. Das ist die Zehn der Stäbe. Das ist häufig der Fall tatsächlich, dass hier eine Verschwiegenheit in Unterdrück der Gefühle, kann man tatsächlich auch sagen, dass das irgendwann überschwappt, dass man irgendwann nicht mehr kann, neigt darunter zusammenzubrechen. Stellt euch das einfach vor aus der Sicht von diesem Menschen hier. Dieser Mensch hat regelmäßigen Umgang mit euch. Das könnte, ich nehme jetzt trotzdem mal das Beispiel, nochmal weiterhin euer Nachbar sein. Und euer Nachbar sieht euch jeden Tag. Und jeden Tag grüßt ihr euch beispielsweise. Und jeden Tag lernt euch dieser Mensch vielleicht etwas besser kennen, ist mehr von euch sozusagen angetan, mag euch immer mehr und immer mehr. Aber diese Gefühle unterdrückt er oder sie. Diese Gefühle behält er oder sie für sich. Und wenn sich das ansammelt oder anstaut, kann man auch sagen, endet man irgendwann bei diesen Zehn der Stäben. Das ist dann etwas, wo das maßvoll ist. Man kann jetzt nicht mehr länger das unterdrücken. Man kann es nicht mehr länger für sich behalten. Diese Gefühle, diese Emotionen, diese Gedanken wollen raus. Und das ist hier sozusagen eine Art Limit, welches dieser Mensch erreichen kann. Diese Page der Schwerter hier und hier zu sehen. Und das hat hier definitiv etwas mit seiner Admiring zu tun, mit seiner Bewunderung an euch zu tun. Ich denke, dass Bewunderung das treffendste Wort ist in diesem Zusammenhang. Hier bewundert euch jemand und möchte euch das, nachdem er oder sie es lange Zeit wahrscheinlich geheim gehalten hat, euch auch sagen oder mitteilen. Eine Klärung zu den Liebenden. Das ist die zweite Kirche. Also es ist hier vor allem in der Mitte sehr, sehr deutlich, dass es hier um eine Partnerschaft, um eine Beziehung oder um eine Freundschaft sich dreht und handelt, die ihr mit einem ganz gewissen Menschen hier in der Konjunktion und hier auch in der weiteren Konjunktion zu sehen, pflegt und auch weiterhin pflegen könnt auf die eine oder andere Weise. Es hat sich zwischen euch eine Routine bereits entwickelt. Das könnte tatsächlich so eine Art freundlicher Umgang sein. Das könnte hier so ein tägliches Grüßen sein und hier und da vielleicht mal sich schreiben oder etwas gemeinsam unternehmen. Aber darüber hinaus ist es scheinbar noch nicht gegangen. Und wer darüber hinaus möchte, wer diese Schwelle überschreiten will, ist definitiv dieser Mensch hier. Es ist hier eventuell dieses Bleibe dir treu und folge dem, was sich über lange Zeit für dich bewährt hat. Eine Masche, könnte man sagen, oder eine Vorgehensweise von euch angesprochen, die mit Sachen Liebe, Gefühlen, Partnerschaften zu tun hat. Und ich meine tatsächlich, dass diese Karte hier eine sehr ausschlaggebende Karte ist, obwohl sie sich lediglich im Outcome befindet. Ich werde da mit Sicherheit im weiterführenden Reading noch tiefere Einblicke bekommen, aber ich ahne, dass viele von euch möglicherweise einer Beziehung, einer Partnerschaft aus dem Weg gegangen sind. Möglicherweise den Ball flach gehalten haben, wenn ihr mit dieser Metapher etwas anfangen könnt. Weil hier in der Vergangenheit, wie schon gesagt, nicht immer die tollsten Dinge passiert sind, vor allem, und das sieht man jetzt hier in der Mitte sehr deutlich, was Liebe, Gefühle, Emotionen, Partnerschaften oder Freundschaften betrifft. Und da sind viele von euch vorsichtig geworden. Vielleicht sind viele von euch als Single sehr zufrieden und möchten nicht unbedingt das Single-Dasein aufgeben. Diese Veränderung durch diese Kommunikation durch diesen Menschen hier, die scheint nicht unbedingt für viele von euch eine willkommene Veränderung zu sein. Allerdings, wie schon gesagt, es gibt hier Möglichkeiten basierend auf dieser Veränderung. Ich hoffe, ich kann euch die Grunddynamik in diesem Reading, es ist hier jetzt sehr deutlich dargestellt, tatsächlich klar machen und verständlich erklären. Eine Klärung zum Ritter der Kerlchen. Wiederum der Eremit. Ihr habt hier in der Vergangenheit die ein oder andere Lektion lernen müssen, tatsächlich. Man sieht es jetzt hier auch nochmals sehr deutlich mit den Zehn der Stäben in der Spiegelung. Man sieht es in der Welt in der Spiegelung. Und das Ganze hat hier mit liebestechnischen Angelegenheiten zu tun. Freundschaften, eher wahrscheinlich Partnerschaften, vielleicht auch so etwas wie Affären. Das kann tatsächlich auch sein, hier in der Konjunktion gut zu sehen. Da hat man sich womöglich einer Partnerschaft zu schnell hingegeben und wurde dann enttäuscht. Man hat sich Hals über Kopf in ein Abenteuer gestürzt, könnte man sagen, ohne zu wissen, was dieses Abenteuer für einen bereithält. Es kann eine Spontanaktion gewesen sein, eine Schnellschussaktion gewesen sein. Manche könnten hier ganz gewisse oder bestimmte Devisen vertreten. Zum Beispiel, ich werde nicht mehr eine Beziehung führen mit jemandem, mit dem ich nicht mindestens einmal vorher im Bett war. Beispielsweise. Ich kenne sogar Personen, die eine derartige Devise vertreten. Manche von euch könnten sagen, bevor ich nicht die Geheimnisse meines Gegenübers kenne, werde ich mich nicht auf ihn oder sie einlassen. Auch das wäre eine Devise. Das sind natürlich nur Beispiele. Aber diese Beispiele, und die können für euch natürlich unterschiedlich resonieren, die finden hier durchaus Anwendung. Ich meine tatsächlich, dass sich einige von euch, liebe Skorpione, jetzt über einen längeren Zeitraum anderen entsagt haben. Vielleicht nichts von der Liebe, von der Partnerschaft, von einer Beziehung wissen wollten. Dass man das Ganze tatsächlich auf Abstand halten wollte. Aber durch das Zuwirken dieses Menschen hier, diesen kommenden Veränderungen hier, werden viele mit einem derartigen Thema oder mit einer derartigen Möglichkeit oder Option konfrontiert. Und es neigen hier einige dazu, ihre Devise, ihre Handhabung beizubehalten. Nämlich bevor nicht etwas Bestimmtes gegeben ist, heißt es für euch, nein, heißt es für euch, nein, das ist ein No-Go. Da bleibt ihr sozusagen bei dem, was sich bislang für euch bewährt hat. Und das wird hier definitiv noch ein Nachspiel haben. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Ich glaube auch, dass das nicht das letzte Mal sein wird, dass dieser Mensch sein Glück versucht. Eine Klärung zum Eremiten. Die Königin der Kirche. Ganz, ganz klare Deutung hier mit der Herrscherin, mit dem Ritter der Kirche und mit der Königin der Kirche. Es ist nochmals tatsächlich entweder eure Energie oder es ist die Energie des Gegenübers. Die neun der Münzen ist im Outcome. Die Energie des Gegenübers kann das deswegen betreffen, weil der Ritter der Kirche, wie ich euch vorhin erklärt habe, der Gegenüber hier ist, wie er oder sie euch signalisiert, dass er oder sie Sympathien für euch hat, dass er oder sie euch mag, euch admired, euch bewundert, euch gerne vielleicht für sich haben möchte, um es kurz auszudrücken. Das kann sehr, sehr gut für viele von euch und wahrscheinlich wird es so für die meisten auch resonieren. Für manche kann es auch sehr, sehr gut eure eigene Energie sein und dann müsst ihr euch aber das Reading umdrehen. Bedenkt natürlich, dass in einem allgemeinen Reading häufig auch die Rollen vertauscht sein können. Das heißt, das könntet ihr hier unten sein. Ihr könntet hier jemanden bewundern und das diesem jemanden vielleicht auch demnächst beibringen. Dann müsst ihr euch aber in die Energie des Gegenübers hier dann versetzen, wo dann hier auch die Hauptenergie wieder ihre Anwendung findet. Also ich hoffe, ihr könnt euch das entsprechend eurer persönlichen Situation hindrehen. Mit der Königin der Kirche hier unten ist eine sehr authentische, sehr offene und wahrheitsgetreue Person dargestellt. Das ist jemand, der definitiv kein Spielchen treibt, der auch nicht die Unwahrheit ausspricht. Jemand, der sagt, wie es ist. Jemand, der frei vom Herzen spricht. Und das ist eine meiner Lieblingshofkarten tatsächlich. Tatsächlich hier spricht jemand aus, was er fühlt. Und ob das positiv ist oder negativ ist, es entspricht definitiv der Wahrheit. Also man wird hier nicht an der Nase herumgeführt, einem wird kein Bären aufgebunden, einem wird hier nicht das Blaue vom Himmel erzählt. Und das finde ich eine sehr, sehr positive Deutungsvariante, auch auskommend von diesen Menschen hier potenziell. Wir haben hier nochmals die Neun der Münzen im Outcome, wie wir sie auch hier schon haben. Das ist Autorität, das ist Bewunderung, das ist jemand, der sich gemacht hat. Jemand, der zurechtkommt. Jemand, der mit beiden Beinen fest im Leben steht, könnte man sagen. Eine gewisse Souveränität besitzt. Und ich meine, das Ansehen, welches ich gerade beschrieben habe, das genießt ihr seitens dieses Menschen. Das wird auch in Zukunft so sein. Aber ich meine, dass es hier noch Möglichkeiten definitiv geben wird, für euch, für euren Gegenüber tatsächlich dann ein neues Kapitel auch zu beginnen, das nicht sozusagen anzukratzen, sondern auch dann tatsächlich zum Starten zu bringen, anzuführen, neu zu schreiben. Aber es scheint hier ein Thema in der Vergangenheit zu geben für euch, vielleicht auch für euren Gegenüber, welches definitiv noch nicht bereinigt wurde. Denn es ist hier im Outcome und es wird definitiv auch in Zukunft noch eine Rolle spielen in dieser Dynamik hier. Ich bin tatsächlich sehr gespannt auf das weiterführende Reading, wo ich mir jetzt auch diese drei Karten natürlich genauer anschauen möchte. Ich hoffe dann, dass ich noch mehr Einsichten, Details gewährleisten kann, Klarheiten bekommen werde und natürlich auch potenzielle Prognosen anstellen kann, wie das Ganze weitergeht. Solltet ihr euch hier in einer derartigen Situation befinden, liebe Skorpione, sollte dieses Reading für euch resonieren? Kennt ihr diese Situation? Dann könnt ihr euch natürlich gerne das weiterführende Reading in Anspruch nehmen. Unten in der Infobox der erste Link gleich würde euch dorthin führen. Ihr müsst natürlich nicht. Ich wünsche euch unabhängig von diesem Reading einen schönen Oktober weiterhin. Ich wünsche euch ebenso einen schönen Geburtstag, denn es bricht jetzt eure Zeit an, liebe Skorpione. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir uns wiedersehen. Und bis dahin, macht es gut!